Ein Stargazer-Hauptmann hat Infos über einige VIPs, die uns unterstützen. Wir denken, dass Stargazer diese Infos zur Erpressung missbrauchen wird, was ein schwerer Rückschlag für uns wäre. Diese Operation ist also ein Präventivschlag. Eliminiert den Stargazer-Hauptmann, sichert die Codes für den Safe und vernichtet die Informationen. Der Flut abgesetzt. Viel Erfolg! Vodo 1, hier ist Zeus. Wenn der Hauptmann sich an seine Routine hält, dann überwacht er die Patrouillen beim Flusstempel. Der Flut abgesetzt. Der Flut abgesetzt. Der Flut abgesetzt. Dann. Der Flut abhettafert. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Achtung! PMC-Schläger gesichtet! Der Hauptmann ist in einem Lager an diesen Koordinaten tätig. Der Safe sollte wohl nicht allzu schwer zu finden sein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das Passwort im Token sollte mit der Uhr auf dem Safe synchronisiert sein. Gebt das Passwort ein. Biometrischer Scan? Die Techniker meinen, wir können den Scan umgehen, wenn wir die Stromzufuhr zum Safe unterbrechen. Zerstört die Generatoren. Ich bekomme die Techniker einen, Schnellen. Schnellen der Schnellen. Spannende Musik Das war's. Ein Zeitschloss? Verdammte Scheiße! Wenigstens haben wir es nicht geschrottet. Gebt das Passwort ein und löst es aus. Jetzt heißt es abwarten. Die Zerstörung der Generatoren hat definitiv für Aufsehen gesorgt. Ihr solltet mit Feinden rechnen. Nehmt Kasten, ihr Winkscher! Das Arm aus! Seid in der Gegend! Hilfe trifft bald ein! Am Arm im Kasten, schicke Verstärkung! Die Gefangeln rückt gerade heim. Die wissen, dass ihr da seid! Wie ein Zieschläger hier! gosh! Wie seien Auf! Da civilians auf Don mais F sacke! Wer denkt sie was dannet? ... ... ... ... ... Na endlich! Jetzt solltet ihr den Safe öffnen können. Ah! Oh Untertitelung des ZDF, 2020